was geht die coolen ich hoffe bei euch ist alles klar bei mir auf jeden fall wir sind gerade auf dem weg nach bernau und treffen uns dort mit freya denn auf dem kanal hier gab es eigentlich soweit ich weiß noch nie ein simson video wir fahren jetzt nach bernau treffen uns mit ihr und dann zeigt sie uns mal ihre schicke simson let's go bis gleich passiert das öfters sehr gut einfach nach da und dann drehst du wieder um also sie kam jetzt eigentlich schon an und ich wollte pass auf wollen was so machen fürs video du fährst jetzt noch mal an und tust so als hätten wir uns noch nicht gesehen für den schnitt sozusagen dass es ein sauberer übergang ist also es wird jetzt eigentlich super cringe dass sie jetzt noch mal hier angefangen kommt und wir so tun als hätten wir uns noch nicht gesehen oder kommt sie ja hallo hast du jetzt gerade noch mal eine runde gedreht ja ich habe jetzt den leuten schon erzählt ich habe dich jetzt einfach nur eine extra runde drehen lassen jetzt wirst du hier ins simme verhör genommen wie viel kubik hatte jetzt 90 kubik und wie viel ps 16 17 ok also so fast so viel ich glaube 125er haben normalerweise so 15 ps und dann fährt ihr auch so 100 was kostet so ein ding wie wie teuer sind sind sonst ist schon also da der markt dafür ist schon krass teuer oder 5000 krass und so ein 50 kubik bist du auch bei 3000 ok krass ich hätte eigentlich auch bock auf eine simme also ich weiß nicht ob ihr es wisst aber so meine meine eltern und so die kommen auch aus dem damals aus dem osten aus der ddr und wir hatten damals auch ein trabi ich fühle ja so dieses ganze das ganze ost ding und und simme vor allem auch aber ich glaube ich bin noch nie simme gefahren vielleicht mal von irgendein abonnent kurz irgendwie 300 400 meter kiff häuser aber noch nie wirklich so intensiv das wird mein erstes mal simme und ich hatte auch noch kein mach ruhig geht nicht an soll ich mal probieren hat die 16 191 kilometer runter ok 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 alles klar und wie beim motorrad erster gang runter zweiter dritter wie viel gänge gibt es vier fünf krass einfach an kicken und dann geht es los ich glaube ich stelle mich lieber wieder hin ist das der schock und was was ist das das ist das sind schloss ok also kann man die doch nicht klauen ok ok alles klar alles gut alles gut ok ist der erste gang runter ja sicher ok ich krieg den ersten gang nicht rein die gar wie der übelste anfänger hier ok die die kupp oh nein ok alter ich stelle mich an wie der wie der letzte simme fahrer bitte nimmt mich nicht in den kommentaren auseinander wie dumm ich mich gerade anstelle ich habe es endlich hinbekommen alter zweiter gang ok wo blinkt man hier oder ist der blinker die ganze zeit auf rechts gestellt die fährt sich richtig gut wie butter also wenn sie dann erstmal fährt dann fährt sie sich richtig geil aber irgendwie oh gott ich hoffe wenn sie jetzt grün wird kriege ich das in den ersten gang jetzt gleich wieder rein zu machen ja gegrüßt worden wir probieren das jetzt einfach scheiße oh gott ok 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 ich habe den ersten gang drin ich hätte es fast aufgewirkt gerade wieder die läuft aber richtig ruhig ok ein bisschen vorgas jawoll das klingt wie ein kleiner turbo ich hier alter fährt die sich gut die fährt sich richtig richtig gut oh ich habe wieder ein bisschen schiss ich glaube ich lass den ersten gang einfach drin und lass die kupplung gezogen der ist mir zu riskant dass ich den ersten gang nicht reinkriege wenn grün wird eigentlich bräuchte ich einen crosshelm und so weiß ich nicht was braucht man denn noch was braucht man denn noch damit man der der prototyp simson fahrer ist was denkt er was ist das durchschnittsalter von einem simme fahrer sind es eher die jüngeren also weil ich glaube oh gott bin ich im richtigen gang oh nein ich bin im falschen gang oh ich war im zweiten gang let's go halt da fährt die sich gut ey wie spritzig die auch ist das ist ja unglaublich ich glaube ich will eine simme haben da sehe ich mich aber im sommer es gibt doch nichts entspannteres also vor allem bei der position bei der sportler da sitzt du ja so gekrümmt drauf die ist so schwer sie wiegt ja 200 kilo oder irgendwas ich weiß nicht was so eine simme wiegt wahrscheinlich 50 60 kilo schreibt es mir in die kommentare was so eine simme wiegt let's go ok schräglage fuß raus yes ok blinker links oh shit oh jetzt bin ich im ersten gang ok zweiter wir wenden mal hier wieder ich will sie ja jetzt nicht zu lange an der tanke da warten lassen oh gott es wird auch schon wieder kalt alter ich finde es nur ein bisschen kompliziert noch anzufahren und den ersten gang reinzukriegen aber das andere gefällt mir richtig richtig gut aha auch geiler sound ey alter wie die zieht jawohl ok krass ich bin sogar neutral angekommen ja geil wo mache ich die wieder aus hier hier ah ok also das praktisch der das wie der schlüssel oben ist aus und wenn du denn hier hier ist an ach steht ja hier auch null und eins ah nee eins und zwei ja also eins ist praktisch die zündung nur ja also hier gibt es auch an aber dann hast du kein Licht ah ok ok aber mein stand steht nicht wer sind so bei euch die die größten namen aus der simme community also gibt es gibt es einen großen youtuber der irgendwie simson content macht oder also ich kenne auf jeden fall lucci lucci ok also persönlich kann ich den nicht aber der macht auch immer so morbid content ja war cool danke dass du mir deine simme gezeigt hast du bist jetzt eine stunde hierher gefahren war also wir haben praktisch ziemlich weit voneinander entfernt gewohnt haben uns jetzt hier in bernau getroffen als ungefähr die mitte war ja jetzt geht es für dich eine stunde mit der simme wieder zurück war genau also wie ist dein insta freya 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 mit e y a unterstrich fsl ja genau also checkt freya gerne bei instagram ab da gibt es noch viel weiteren content mit simme und du hast nur einen youtube kanal wo du gezeigt hast wie du diese maschine aufgebaut hast das war genau checkt das auch gerne ab erster link in der beschreibung und war cool mit dir alles klar freunde das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat dass die video gerne einen daumen nach oben da abonniert den karbonal und wir sehen uns in alter frische im nächsten video wieder haut da rein bis zum nächsten video tschüss